So, hallo. Und die Damen schon sehr gespannt. Und wir rechnen mit einem Sieg, ja, oder? Nein? Kein Vertrauen? Doch. In unsere Kinder schon. Wir vertrauen den anderen Spielern bloß nicht. Na ja, da drücken wir mal ganz feste Daumen. Gut. Guter Verlierer ist ja auch schon was wert. War ja schon ein Kampf überhaupt, um das Finale zu kommen, ja? Ein Halbfinale? Oder was ist das jetzt für ein? Halbfinale, ja. Halbfinale. Und? Da mussten Sie sich doch schon entscheiden, also einen Ausscheid, schon einen Gewinn. Na, um das Finale zu kommen. Ein Halbfinale? Oder ist das einfach nur reingelost jetzt? Nein. Nein? Gut. Ich mach doch einen Trainer. Na ja, noch ein bisschen Müdigkeit, das wird. Ja. Ja. Na ja. Das ist Junior.